Hallo und herzlich Willkommen zur ersten richtigen Episode unseres Podcasts Starke Frauen im Jahr 2023. Ich freue mich unglaublich nicht nur auf die Frau, die wir gleich vorstellen, sondern vor allem auf die Frau an meiner Seite seit über drei, fast vier Jahren, die mir jetzt auch während des Umzugs sehr beigestanden hat, die großartige, die wundervolle, die einzigartige und wie immer fröhliche Kim Seidler. Ich freue mich auch sehr. Wir haben so, so viele tolle, spannende Frauen für euch mitgebracht dieses Jahr. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über eure Einreichungen. An meiner Seite die großherzige, fantastische Katrin Jakob. Liebe Katrin, wie geht's dir? Du, geschafft. Fertig. Mir tut alles weh. Ich habe noch ein bisschen Abschiedsschmerz in den Knochen auch von Berlin, die Stadt, in der ich so lange gelebt habe. Und jetzt dann Hamburg, meine alte Heimat, in der ich sehr lange auch nicht war oder gewohnt habe, zumindest mit Sack und Pack. Also es blutet ein bisschen das Herz und der Januar macht es mir nicht gerade einfach, muss ich gestehen. Aber jetzt sind alle Sachen hier und es lichtet sich das Chaos ein bisschen. Wie geht's dir denn, liebe Kim? Ja, wir waren ja abstinent. Wir haben ja wirklich mit voller Ankündigung gesagt, so Leute, also vielen Dank, Katrin, an dich nochmal, dass du auf Social Media dann in die Bresche gesprungen bist und gesagt hast, ey Leute, wir sind gerade ein bisschen Land unter. Du mit deinem Umzug, ich mit, ja, der Sterbebegleitung meiner Oma und dann das Drumkümmern, die Orga um meinen verbliebenen Opa mit seinen 95 oder 96, weiß ich jetzt gerade auf dem Kopf nicht so genau, Jahren. Auf jeden Fall sehr alt, ne? Und die waren so süß und meinten, ja, wenn, wenn einer stirbt, dann stirbt der andere auch. Das ist Wunsch, liebe Leute, aber selten Realität. Na klar. Ja. Hatten wir jetzt in der Familie sehr viel zu tun, jetzt ist Opa aber in trockenen Tüchern und soweit auch zufrieden. Gut versorgt. Soweit man zufrieden sein kann, gut versorgt, genau. Genau, ja, und ansonsten natürlich auch ein neuer Job bei dir. Ich bin jetzt gerade aus Komponzeit raus. Das kommt auch noch dazu. Also jede Menge los und ja, es wird nie langweilig in unserem Leben, aber die Konstante, unser Podcast, da freuen wir uns immer, wenn wir uns euch mitteilen können und auch euch wunderbare, tolle Frauen vorstellen können. Letzte Woche war ja Miriam Bundel zu Gast bei mir. Das haben wir ganz bewusst gemacht, um Kathrin ein bisschen entstressen zu können, während des ganzen Umzugs. Es hat geklappt, genau. Ein Stück weit zumindest, was den Podcast angeht, ne? Ja. Hört gerne mal in die Folge rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Jetzt starten wir. Wir stellen euch heute eine Frau vor, von der Sophie Passmann, übrigens auch gerne da nochmal in die Folge reinhören, einst behauptete, sie habe das, Zitat, Beste Comedy-Programm aller Zeiten geschrieben. Und ich muss sagen, mit diesem Superlativ hat sie nicht übertrieben. Gemeint ist das Programm Nanette, das ihr auch auf Netflix findet. Es hat mich wirklich, ich habe es gestern nochmal gesehen, in einer Art und Weise umgehauen, wie es mich, wie kaum ein anderes bisher. Also es hat mich total berührt. Ich habe mindestens genauso oft geweint wie gelacht. Und Sophie Passmann schreibt übrigens, mit Nanette stellt Hannah Gatsby die Daseinsberechtigung jedes bisherigen Comedy-Programms in Frage und deklassiert jeden belanglosen Witz mit größtmöglichem Respekt. Sie stellt mit radikaler Feinfühligkeit neue Regeln auf, nicht bloß für Comedy, sondern für jedes gesprochene Wort. Hannah Gatsby will dem Miteinander wieder Relevanz verleihen. So viel der Cliffhanger, weil das klingt jetzt alles sehr abstrakt. Ihr denkt euch um Himmels Willen, was möchte die Frau damit sagen? Dazu kommen wir ja gleich, zur Show und ihrer Bedeutung. Und erstmal will ich aber von dir wissen, Kim, wie ging es dir damit? Ich meine, du hast es, glaube ich, jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Also ich habe es tatsächlich das erste Mal jetzt gesehen. Ich habe auch sofort ihr anderes Programm, Douglas, mir angeguckt, weil ich dachte, oh, war auch auf Netflix verfügbar sofort. Und ich war hin und weg. Also ich habe mich sofort auch an Franka Rahme und Dario Voh, Kinderküche Kirche heißt das Programm, erinnert gefühlt, die das auch richtig beherrschen. Dieses Zuckerbrot und Peitsche, ein Gag und dann wieder was Ernstes, ein Gag, wieder was Ernstes, Tränen, Nahe, wirklich Gänsehaut. Und du merkst richtig, also mich hat fasziniert, wie sehr Hannah Gatsby oder Hannah Gatsby das Publikum im Griff hatte und das richtig, richtig toll bespielt hat. Unfassbar. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat, Nanette und auch Douglas, bitte angucken. Absolut. Also diese Berg- und Talfahrt an Gefühlen und am Ende dieses, einem selber so nahgehend, dass man sich die Tränen wegwischt und zwar nicht vor Freude, sondern weil man sehr, sehr nachdenklich wird und trotzdem kann ich diese Aussage von Sophie Passmann total verstehen. Es erfindet Comedy neu. Wie gehen wir jetzt am besten vor, Kim? Wie folgt. Genau. Erstens, ihr erfahrt, wer Hannah Gatsby ist. Zweitens, wie hat sich ihr Humor entwickelt, weil auch das ist etwas, was sich häufig thematisiert. Drittens, wie sie damit nicht nur die Comedy-Welt geprägt, sondern auch die Welt beeindruckt hat, inklusive uns. Ja, also das kann man so sagen, finde ich. Ja, total. Okay, also ich fange mal an. Wer ist eigentlich Hannah Gatsby? Es gibt ja leider nicht so viel über sie zu finden, aber wir versuchen es einfach mal. Hannah Gatsby, übrigens keinen mittleren Namen, einfach nur Hannah Gatsby, ist eine australische Stand-up-Comedian und Schriftstellerin und auch Aktivistin. Um jetzt mal so die Punchline von Wikipedia zu nehmen. Sie wurde 1978 in Smithston als jüngstes von fünf Kindern geboren. Und die Stadt liegt an der abgelegenen Nordwestküste Tasmaniens. Und wo liegt Tasmanien? Ich musste auch googeln, es liegt, es ist eine kleine Insel nochmal südlich von Australien, wirklich JWD. Und da, wo Smithton ist, hat Hannah Gatsby gesagt, das ist sozusagen der Bible Belt. Also ultra-konservativ, also Bible Belt heißt, die Bibelgürtel, ganz platt übersetzt. Ihr wisst, ihr wisst, was gemeint ist. Also wirklich ultra-konservativ, ultra-katholisch, ultra, so gar nicht die Umgebung, die eine Heranwachsende braucht, die unsicher ist mit sich, mit ihrer Sexualität. Und vor allem natürlich mit ihrem Anderssein, weil es wird sich erst viel, viel später herausstellen, dass sie Autistin ist, also auf dem Spektrum sozusagen von Autismus. Dass lange sich selber fragens, was ist eigentlich mit mir kaputt und warum gehöre ich hier irgendwie nicht in die Welt, das hat sie ihre Kindheit begleitet. Sie besuchte die Smithton High School zunächst von 1990 bis 1995 und dann im zwölften Schuljahr das Launceston College, wo sie selbst, wie sie in einem Interview berichtete, einen sogenannten Nervous Breakdown, also einen Zusammenbruch erlitt. Zitat in diesem Interview. Was heißt das? Sie hat ihre ganze Kindheit und Jugend erfahren, dass Homosexualität eine Sünde ist, dass Leute, die homosexuell sind, Freaks sind oder Untermenschen mehr oder weniger. Und das ja auch unter Strafe stand. Genau, es stand auch natürlich unter Strafe zu dem Zeitpunkt noch. Zum einen, zum anderen natürlich auch ein godly sin, also eine Sünde, du darfst so nicht sein. Und wenn man selber spürt als Heranwachsende, dass man das in sich hat, dann versucht, oder das hat zumindest, das war ihre Strategie, das so gut es eben geht, wegzudrücken. Und sich selbst sozusagen zu verneinen. Sie sagte, sie erinnerte sich, dass die Leute darüber sprachen zu der Zeit, Homosexualität solle legalisiert werden. Und daran, dass sie selbst dann dachte, das muss man sich mal vorstellen, aber wie hält man dann die Pädophilen auf? Sie war zu dem Zeitpunkt ziemlich sicher, dass eben homosexuelle Untermenschen seien und eben das auch von sich selbst gedacht. In der Zeit sei über Aids geredet worden, als sei es das Krebs für Schwachköpfe. Und so zog sich Henna eben dahin zurück, wo sie sich sicher fühlte, in die Isolation, in die Bibliothek. Also Isolation heißt, so wenig wie möglich mit Leuten zu tun zu haben und wo man still sein muss, nämlich in die Bibliothek. Und vorwiegend während ihres Studiums an der University of Tasmania in Hobart, das ist auch, glaube ich, mittendrin auf dieser kleinen Insel, da hat sie dann Kunstgeschichte und so studiert, also ein Kunststudium angefangen und später wechselte sie dann an die Australian National University, wo sie eben 2003 einen, gerade so wie sie auch in der Nett dann sagte, so jetzt gerade eben so den Bachelorabschluss geschafft. Und hat aber auch sehr Gefallen gefunden, auch an dem Feld Kunstgeschichte und sich auch schön aufgeregt über die ganzen frauenfeindlichen Künstler, wie zum Beispiel Picasso. Also das ist der Teil, an dem ich auch sehr gelacht habe. Oh ja, Shoutout, wenn ihr es, wir werden ja immer ein Posting machen zu Hanna auch, Shoutout gerne an euch, postet drunter, warum Picasso frauenfeindlich ist oder welchen Spruch in die Ewigkeit sozusagen eingegangen ist. Genau, nach dem Filme drehen, sich ausprobieren mit dem Produzieren, Erstellen und Schreiben von Filmen, arbeitete Hanna in Buchhandlungen oder auch währenddessen in Canberra. Und auch hier wieder ein kleiner klugscheißer Kommentar von Nicht-Lehrer-Kind-Kim. Canberra ist die Hauptstadt von Australien. Viele denken immer, das ist Sydney. Unter anderem habe ich das auch gedacht. Und als ich dann 19 war, war ich ja rüber nach Australien, bekannt ist es ja, und habe mir dann auch die Hauptstadt Canberra angeguckt und war erschrocken, weil die auf mich sehr künstlich wirkte. Also es ist wirklich eine künstlich angelegte Stadt mal gewesen, ich weiß nicht, in welchem Jahr. Genau, sie wurde dann Filmvorführerin in einem Freiluftkino in Darwin und anschließend verbrachte sie zwei Jahre damit, entlang der Ostküste Australiens Gemüse zu pflücken und Bäume zu pflanzen. Die Ostküste ist übrigens bei Backpackern wahnsinnig beliebt, weil man dort unfassbar gut surfen und schnorkeln kann. Snorkeling? Schnorkeln? Schnorcheln. Aber Snorkeln finde ich auch geil. Klingt so wie so ein Insider-Ding. Aber so lustig war es für sie nicht, ne? Sie hatte da schon auch eine schwere Zeit. Ja, genau, sie wurde später nämlich auch obdachlos, was sie zum Teil auf ihr ASD, also Autism Spectrum Disorder, zurückführte. Also nicht ADHS, sondern ASD. Sie wurde übrigens mit Asperger diagnostiziert. Aber erst dann viel später, ne? Also in ihren 30ern. Genau, also das war so faszinierend, weil sie auch bei ihrem zweiten Programm Douglas sagt, heute mache ich ein Programm über Autismus. Ja, es sind nämlich viele Leute aus dem, oder viele, ich weiß es nicht, aber einige Leute aus dem Publikum zu ihr gekommen und gesagt, und haben gesagt, so wie du dich verhältst und das, was du erzählst, lass dich mal überprüfen auf Autismus. Ja. Während der Tour muss es auf jeden Fall gewesen sein von Annette, weil da schienen ein paar Leute auf sie zugekommen zu sein, weil das sagt sie jedenfalls in der Douglas-Show so. In einem Interview mit der Autism Aspergers Advocacy Estrella heißt es dazu, schon als Kind wusste die Komikerin, dass ihr Gehirn atypisch war. Aber erst in ihren späten 20ern machten ihr Angstzustände, Depressionen und Zusammenbrüche endlich Sinn. Die Mythen rund um ASD haben genug Platz in meinem Leben eingenommen, also möchte ich wirklich keine Zeit mehr verschwenden, darüber nachzudenken, geschweige denn, sie aufzuschreiben. Aber da die Mythen so fest in das populäre, in Klammern Miss, Klammer zu, Verständnis, also Missverständnis, Verständnis, eingebettet sind, habe ich nicht den Luxus, sie zu ignorieren, also ist es nur eine traurige Realität, dass ich nach wie vor darüber sprechen muss. Also man kriegt ja ein bisschen so den Eindruck, dass Hannah Gatsby ein extrem verunsichertes Kind ist und auch jugendliche und junge Frau. In dem Programm erzählt sie auch, was ihr auch so widerfahren ist, auch viele Schicksalsschläge, die wir jetzt hier nicht näher thematisieren wollen, einfach weil wir wollen, dass ihr dieses Programm schaut, was aber deutlich ist, dass es irgendein Ventil braucht in ihrem Leben. Und dieses Ventil scheint für sie die Bühne zu sein, auch etwas komödiantisch aufzulösen. Und auch das ist ein Thema in Nanette, dieses Ventil-Comedy. Funktioniert das noch für sie, ja oder nein? Zunächst ja. Denn trotz dieser vieler Unsicherheiten, die sie hatte oder die sie begleitet haben, auch ihr junges Leben lang, hat sie sich auf die Bühne getraut. Und das wirklich mit Wucht, also mit einer unglaublichen Präsenz. Und ihre Karriere fing nicht gleich mit einem großen Knall an. Also sie musste auch schon sehr, sehr hart arbeiten, so Bühnenschrubben-mäßig. Und zunächst in Australien, nachdem sie 2006 dort das nationale Finale des Raw-Comedy-Wettbewerbs für neue Comedians gewonnen hatte. Und als die Gewinnerin dieses Wettbewerbs wurde sie zum So-You-Think-You're-Funny-Wettbewerb beim Edinburgh Fringe Festival geschickt, wo sie den zweiten Platz dann gewann. Edinburgh, für die, die es jetzt nicht wissen, liegt in Schottland, also wirklich am anderen Ende der Welt von Australien. Und ihre erste Soloshow trug den Titel Hannah Gatsby, Is Wrong and Broken, und gewann 2007 dann gleich den Best Newcomer Award beim Edinburgh Fringe Festival, bevor sie mit der Show in Edinburgh und New York auf Tournee ging. Also sie hat quasi von Australien den Sprung nach Europa und dann in die USA geschafft. 2008 führte sie Meet the Musical, Meet nicht mit Doppel-E, sondern mit E-A geschrieben. Wie das Fleisch? Genau, mit Amelia Jane Hunter beim Melbourne International Comedy Festival auf. Sie trat weiterhin dann bei Festivals auf, darunter das Melbourne International Comedy Festival, das Killkitty Comedy Festival, das Montreux. Wolltest du gerade, was hast du sagen? Melbourne International Comedy Festival? Ja, da war ich als Technikerin tätig beim Melbourne International Comedy Festival 2001. Ah, haben wir uns sieben Jahre leider verpasst. Ja genau, ich wollte gerade sagen, schade, schade. Also ich würde sie so gerne mal treffen, jedes Mal, wenn ich sie auch in so einer Talkshow, ich habe bei Jimmy Fallon, habe ich sie auch gesehen, sie sitzt da und er hängt auch an ihren Lippen, wie so ein kleiner Schuljunge. Also sie hat wirklich eine extreme Ausstrahlung, finde ich. Anyway, also sie hat einige Festivals gerockt und auch wirklich sich voll reinbegeben, aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch in diversen TV-Auftritten. Sie hat sogar eine eigene Show mitgeschrieben, das könnt ihr alles gerne nachlesen in ihrem Wikipedia-Eintrag. Aber auch ganz interessant, dass jemand, der Bühne kann, eben auch TV-Programme und TV-Shows auch relativ erfolgreich dann auch von ihrer Seite dann für sich verzeichnen kann. 2018 gewann ihre Show Nanette, zu der wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer kommen, auf Netflix den Primetime Emmy Award for Outstanding Writing for a Variety Special und einen Peabody Award. Und genau, zur Show kommen wir dann gleich, aber du rappst es jetzt noch ab. Genau, der Ordnung halber, so schön deutsch, wie wir sind. 2019 tut sie dann international, was wir schon kurz erwähnt hatten, mit ihrer Show Douglas. Und das aufgezeichnete Special wurde dann 2020 auf Netflix veröffentlicht. Mitten in Corona, ne? Also aufgenommen wurde es vor Corona und dann mitten in Corona. Genau. Dann 2021 hat sie, haltet euch fest, die Ehrendoktor Würde der University of Tasmania verliehen bekommen. März 2022 veröffentlichte sie Ten Steps to Nanette, A Memoir Situation, also ihr Buch. Und im September übrigens ein Bestseller und im September 2022 unterzeichnete Hannah dann übrigens einen Vertrag über mehrere Titel mit Netflix. Wir können also gespannt sein, es kommt da noch mehr. Und ich finde es ganz interessant, sie hat ja auch so beschrieben, also sie wirkt ja schon auch nahbar. Man möchte dann mit ihr plaudern und hingehen und sie wirkt total freundlich und so. Aber sie sagte, sie ist ja auch total menschenscheu, ne? Und bei Jimmy Fallon hat sie übrigens gesagt, dass Emma Thompson sie unbedingt treffen wollte und sie dann total überfordert war. Und das erste Mal, als Emma Thompson nun auf sie zukam und ihr sagen wollte, wie berührt sie war und so weiter, hat Emma Thompson sie gefragt, darf ich dich umarmen? Und sie so, bevor sie antworten konnte, fiel ihr diese Frau um den Hals und sie hat tatsächlich mit Umarmung so ein kleines Problem. Aber ich meine, oh mein Gott, wenn Emma Thompson dir um den Hals fällt, das muss ja wirklich eine Adelung sonst sondergleichen sein. Also obwohl sie so menschenscheu ist, sie geht raus, vielleicht auch deswegen auf die Bühne, weil sie dann so ein bisschen Abstand zum Publikum hat. Man weiß es nicht, ne? Aber sie ist auf jeden Fall ein Arbeitstier und macht weiter, was natürlich toll ist für uns alle. Die Show Nanette. Die Stand-up-Show Nanette entstand teilweise als Reaktion auf die öffentliche Debatte, die in Australien stattfand, bevor das Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehe geschaffen wurde. Und auch nach ihrer Diagnose von Autismus. Also jetzt, wo ich es gerade lese, kann ich mich auch daran erinnern, dass es kurz davor gewesen sein muss. Da stand das Programm aber auch schon. Übrigens ganz witzig, Nanette, der Name, man fragt sich auch die ganze Zeit, woher kommt der? Sie klärt das gleich am Anfang auf. Sie hat zuerst den Namen gehabt, bevor sie wusste, was sie überhaupt im Programm erzählen will. Nämlich, es ist der Name einer Frau, die sie getroffen hat und die sie ganz interessant fand. Und so muss es auch gewesen sein. Während sie tourte, beziehungsweise dann mit Nanette unterwegs war, kam diese Diagnose. Und in dieser Show stellt sie ihr Leben und ihre Erfahrungen dar. Das ist jetzt erstmal sehr banal. Welche Dinge ihr da passieren. Und im Übrigen hat mich auch das erste Programm von Taylor Tomlinson auch an Nanette erinnert. Kleine, kleine Seitenschleife. Darin geht es nämlich auch um den Tod von Taylors Mutter. Auch so ein bisschen das Prinzip. Extrem lustige Frau und dann erzählt sie davon, wie sie als Kind ihre Mutter verliert. Und dir bleibt das Lachen wirklich im Halse stecken. Du leidest mit, mit diesem Mädchen. Und sie macht sozusagen Witze darüber und ist aber dann auch gleich wieder total ernst und zurückgenommen. Also Taylor Tomlinson kann ich auch nur empfehlen. Genau. Was bedeutet das? Diese Show stellt ihr Leben und ihre Erfahrungen dar. In Nanette werden krasse Themen thematisiert. Homophobie, Fremden- und Frauenfeindlichkeit, Sexismus und geschlechtsspezifische Gewalt. Und zu all dem kann Henna was sagen. Also auch zur Vergewaltigung. Sie wurde vergewaltigt. Also ihr müsst sozusagen Triggerwarnung vorab. Es wird auch hart, aber man lacht eben auch ein bisschen wie so ein Comic Relief. Weil es eben auch doch zum Teil sehr lustig erzählt ist. Sie erzählt das auch ohne Opfer zu sein, ohne auf die Täter zu zeigen. Und das ist wirklich sehr, sehr speziell. Sie sagt das nicht, dass alle jetzt im Publikum Mitleid mit ihr haben, sondern sie sagt es, sie erzählt es, weil ihre Geschichte gehört werden soll und weil sie sich selbst wieder ermächtigt. Also indem du die Geschichte in der Hand hast, sinngemäß, hast du auch die Kontrolle darüber. Die Presse ist natürlich auch total begeistert. Die Washington Post schreibt, obwohl Nanette eine Komödie ist, besteht Gatsby darauf, dass das Publikum die dunkle Wahrheit von Trauma und Körperverletzung erkennt. Eine echte Gratwanderung. Und sie selbst denkt auch, danach kann ich nie wieder Comedy machen. Und sie sagt das ja auch ständig. Also im Grunde genommen, jetzt habe ich hier den Seelenstriptease hingelegt und that's it for me with Comedy. Wir wissen, danach kommt ja noch eine Show. Aber es soll eigentlich nur erzählen, das Prinzip Comedy. Also man hat eine Fallhöhe. Man bekommt wieder was überraschend. Es braucht diese Spannung. Das will ich nicht mehr. Es ist für sie auch eine Art Therapie. Und trotzdem macht sie danach ja weiter. Genau. In einer Rezension für Time Out ihrer nächsten Show Douglas schreibt der Autor, dass in Nanette Gatsbys Hauptziel darin bestand, das heterosexe Patriarchat, heterosexuelle Patriarchat, feurig und wütend zu Fall zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gelungen ist, aber es hat definitiv daran gerüttelt. Weil sie auch in dieser Show wirklich sehr, sehr deutlich weiße Cis-Männer adressiert. Genau. Und auch, ja, man kann sagen, fast Fingerpointing betreibt. Nicht auf jeden Einzelnen, sondern eben auf das Patriarchat, das nach bestimmten Prinzipien funktioniert. Und das ist schon sehr, sehr mutig. Das ist auch so ein Schockmoment, finde ich, in diesem Programm. Und sie wirkt wütend und dann auch wieder nicht, sie klingt versöhnlich auch. Also es ist wirklich eine Berg- und Talfahrt, kann ich nicht anders sagen. Ja. Und eine letzte Stimme vielleicht noch. Mary Lockhurst in Personal Studies schreibt, während Nanette ermorderte Gatsby rituell ihre alte Rolle und übernahm eine neue hochrangige Rolle, die ihre Beziehung zum Publikum radikal veränderte. Und das deutet vielleicht auch so ein bisschen an, wie sich auch dieser Humor gewandelt hat. Sie hat vorher immer ihr Trauma als Punchline benutzt. Und jetzt funktioniert das so nicht mehr. Sie ist fertig damit. Also sie kann nicht mehr auf ihre eigenen Kosten Witze machen. Genau. Und mit der Show hat sie natürlich auch vielen, vielen Fans Mut gemacht. Unglaublich viel Bewunderung kam ihr entgegen. Viele haben sich von ihr ermutigt gefühlt. Und ja, auch gestärkt, kann man sagen. Genau, also was ich auch nochmal sehr wichtig finde hervorzuheben, dass sie auch an Nanette die Erkenntnis ja sagt, sie muss aufhören mit der Comedy, assoziiert sie mit ihren Traumata, weil sie sagt, ist es gut, darüber zu sprechen. Aber ebenfalls ist es auch kontraproduktiv, wenn du aus dem Trauma aussteigen willst. Weil jedes Mal, wenn sie Nanette spielt, ist sie wieder gefangen in ihren Traumata und wird sie nicht, also kann sie nicht hinter sich lassen. Und das ist der Grund, glaube ich, warum sie nicht aufhört mit der Comedy, sondern aufhört mit Nanette. Und das jetzt einmal für ewig tat, glaube ich, auch bei Netflix. Das ist jetzt meine Interpretation. Und das gut ist und jetzt muss es weitergehen. Sie muss das nächste Kapitel in ihrem eigenen Leben aufschlagen. Und das nächste Kapitel ist dann im Endeffekt, und wie du auch, oder wie das Zitat auch so schön gesagt hatte, gestärkter sich zu präsentieren. Sie startet auch übrigens bei Douglas. Also Douglas ist nach, theoretisch nach ihrem Hund benannt, aber ihr Hund ist wieder benannt nach dem Nichts bei der Frau zwischen, im Genitalbereich, also vorne und hinten. Da gibt es nämlich eine Fläche, die nennt sich, ich weiß gar nicht genau, irgendwas, bla 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 Douglas. Und sie sagt halt, das ist auch wieder so typisch Mann, ey. Ey, der findet irgendwas in dem Frauenkörper und muss unbedingt seinen eigenen Namen draufpacken. Ey, das ist so unmöglich. Und genau, das ist so die Geschichte, die sie dann zum Thema, wie ist sie auf Douglas gekommen, erzählt. Und das dann auch noch einen weißen Cis-Mann im Hundepark damit konfrontiert. Sehr witzige Stelle. Genau. Also wirklich wahnsinnig quirky, merkwürdig. Die Frau ist auch wirklich schräg. Und trotzdem, man liebt die sofort. Also ich habe sie, ich habe mich wirklich… Ja, Douglas steigt sie bewusst eklig ein, weil sie sagt, ja, weil sie sagt halt, ich bin am Anfang unsympathisch, aber am Ende kann ich euch beruhigen, bin ich sympathisch? Und alle so, hä? Und sie sagt, ja, Autisten sind am Anfang nie sympathisch oder selten sympathisch. Die fallen immer unangenehm auf. Ich habe auch einen autistischen Bekannten und der fiel vielen Leuten sehr unangenehm auf, weil der ja auch eine Führung gemacht hatte. Und du bist dann halt schon auffällig, das muss man dazu sagen. Und viele finden das unangenehm, ne? Deswegen. Und am Anfang ist sie bei Douglas, fängt sie an, erst mal die Amerikaner blank zu ziehen und zu sagen, was für lustige Worte sie haben. Oder auch wie zum Beispiel, ja, wir Australier, wir kürzen ja auch ab. Wir sagen statt Petroleum, sagen wir Petrol. But you, you don't understand anything. And science especially, you don't understand science because you say gas. Everyone knows, petrol is liquid. But gas, who the fuck? Und sie flucht sehr viel bei Douglas. Sehr sympathisch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auch nur empfehlen. Also wir hauen jetzt hier so viele, so viele neugierige Angelhaken hauen wir raus. Also ihr müsst unbedingt reinwenden. Also mit anderen Worten, ihr Humor ist wirklich einzigartig. Also es ist zum einen so kleine Beobachtungen, wo man sich kaputt lacht auch. So kleine Wahrheiten, unglaublich gut, auch gepunchleint auch. Also ich bin voller Verwunderung. Aber es gibt auch etwas Aufklärerisches. Also sie sagte auch in der NET, sagt sie auch, da geht es viel auch dann um Picasso, um diesen frauenfeindlichen, komischen Künstler, den alle so abfeiern und der eigentlich ein richtiges Arschloch war. Und dann sagt sie dann am Ende, na ja, das kriegt man auch nicht so häufig, so eine kleine kunsthistorische Führung durch moderne Kunst in so einem Comedy-Programm. Also es hat auch was Aufklärerisches und Bildendes. Genau. Ihre Haters bemängeln das ja, dass sie Vorträge hält. Bei Douglas macht sie am Anfang, das erwartet euch in diesem Programm. Ich starte und bin mega unsympathisch. Ich werde euch erst mal, euch Amerikaner echt an die Füße packen. Dann mache ich Punchlines, Punchlines, Punchlines. Gags kennt ihr, das ist so das typische Handbuch. Habe ich ja nicht geschrieben, sondern die Männer ist halt so. Danach gibt es aber ein Lecture. Because meine Hater finden das halt immer, ich mache keine Comedy, sondern ich mache Vorträge. Ihr kriegt jetzt auch einen Vortrag. Alle lachen dann. Das macht sie unfassbar sympathisch. Aber bevor wir uns jetzt total verausgaben, um euch Nanette und Douglas noch näher zu bringen, guckt einfach selber rein. Und auch sehr zu empfehlen ist übrigens ihr Buch Ten Steps to Nanette, A Memoir Situation. Was wir schon erwähnt hatten, das erschien ja Mitte letzten Jahres und hat eine ganz klare Haltung gegenüber Homophobie und auch anderen Formen von Unwissenheit. Das ist das, worüber ich mich, wenn wir off sind, bei Katrin auch manchmal aufrege, hier in Deutschland, wenn Menschen eine klare Haltung haben zu Themen, die sie nicht verstehen. Ja. Schwierig. Einfach mal die Fresse halten. Das wäre eine gute, jeder Vollhorst, sorry für die derbe Sprache, aber vielleicht war das Hannah Gatsby gestern, die mich da so inspiriert hat. Auf Twitter, das verdirbt einem die Laune. Manchmal ist es auch einfach gut, nichts zu etwas zu sagen oder zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, oder ich mutmaße, das wäre ja vielleicht auch schon mal eine Abschwächung. Das ist auch wenigstens okay. Das wäre ja okay. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wäre ja okay. Ja, genau. Vote for, go for president Katrin. Das, das Buch war ein Bestseller der New York Times und es gibt unterschiedliche Rezensionen, da haben wir euch jetzt mal zwei kurze mitgebracht. In der Time von Trish Bendix hieß es, das Buch befasst sich mit den gewichteten Themen historischer geschlechtsspezifischer Gewalt, Frauenfeindlichkeit, sexuellem Missbrauch, Homophobie, Ableism und Fetphobia, die Hannah alle direkt erlebt hat. Und übrigens, das gefällt mir an dieser Show so, du gehst nicht hin und wirst einfach nur ha 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 Schenkelklopfer, sondern du lernst und du verstehst die Komplexität ihrer Erfahrungen durch die historische Einordnung. Also ein bisschen so eigentlich wie unser Podcast, nur von einer Historikerin. Dann hat die Publisher Weekly noch geschrieben, Gatsby weigert sich, ihre Täter in den Mittelpunkt zu stellen und bietet stattdessen einen offenen, oft derben Bericht über ihren nicht linearen Weg zur Heilung, geprägt von einer Reihe von Therapeuten, einer Karriere, in der sie ihre geistige Gesundheit zum Witz macht und ihrer liebevollen, aber komplexen Naturbeziehung zu ihrer Familie. Ja, das kommt auch noch mal sehr gut in dem Buch rüber, habe ich zumindest gehört, ich habe es nicht gelesen, die Beziehung zu ihrer Mutter, die einerseits sie ja total liebevoll schützen wollte und dann aber auch total geprägt hat und in so eine Schublade beziehungsweise in so ein Korsett drücken wollte und auch fast ein bisschen verzweifelt ist an ihr. Und am Ende ist es dann so, dass ihre Mutter sich dafür entschuldigt, dass sie versucht hat, sie zu schützen und eigentlich damit eher was kaputt gemacht hat, als ihr eine gute Stütze zu sein. Und ja, das ist auch sehr, sehr berührend, finde ich. Es sagt sie, deutet sie an in dem Programm dann nicht, aber hier geht sie noch mal sehr viel mehr ins Detail in dem Buch. Ja, also was wir an ihrem Humor so spannend finden, ist, dass er erstens anders ist. Er basiert auf Ehrlichkeit und Authentizität, auf persönlichen Erfahrungen, die mit Sicherheit nicht immer einfach zu verarbeiten waren und das wiederum ermöglicht den ZuschauerInnen, mit ihr mitfühlen zu können. Gleichzeitig nutzt sie gesellschaftliche Themen, was wir gerade schon gesagt hatten, die komplexen Zusammenhänge, also das alles in den Zusammenhang zu bringen, aber auch über Dinge zu lachen, die uns alle betreffen, ob nun positiv oder negativ. Und genau mit dieser Kombination schafft sie es, uns eine neue Perspektive zu eröffnen. Statt Angst zu machen, will sie uns Mut schenken und ein Zeichen setzen für mehr Verständnis unter den Menschen sowie Akzeptanz ändern, Lebensweisen und auch Meinungen. Ja, also es ist wirklich bemerkenswert. Man möchte von ihr quasi auch so den Spiegel vorgehalten bekommen. Das tut sie auch immer wieder. Sie ist eine der wenigen KomikerInnen, die sich offen gegen Rassismus und andere Formen von Unwissenheit stellt. Und Thema Unwissenheit hatten wir ja gerade schon. Und es ist wirklich auch so, dass man sich selber manchmal dabei ertappt, oh Gott, mir geht es ja genauso. Ich denke immer hier, ich bin eine von den Guten und eigentlich muss ich mich auch immer mal wieder hier an die Nase fassen und mich selber in Frage stellen und auch anderen Fragen stellen, anstatt leicht zu bewerten. Und das gelingt ihr wirklich, dass man sich nicht ertappt fühlt, sondern eher umarmt, möchte ich fast sagen, etwas pathetisch. Aber sie will sagen, es gibt keine perfekte Welt, jeder macht Fehler, aber behaupte da nicht, du machst keine. Also sag einfach, dass es dir manchmal genauso geht, dass du auch Fehler machst. Das ist auch okay. Ja, richtig gut. Und das mit Empathie und Emotionen, also das geht schon. Total. Also ich springe jetzt mal zum Ende. Ihre Worte haben Menschen mit Sicherheit inspiriert, einen besseren Weg zu finden, oder auch mehr Toleranz zu leben, miteinander zu kommunizieren, sich in die Lage des anderen oder der anderen zu versetzen. Punkt. Punkt. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, genau. Ich glaube, das wird jetzt wieder, wir wiederholen uns mehr oder weniger, was wir sagen wollen, ist, das ist ganz besonders, einen Humor zu kreieren, bei dem man lacht, bei dem man sehr nachdenklich ist, bei dem man auch ein bisschen mitweint und bei der man aber nie das Gefühl hat, da oben steht eine Frau, die einen Rachefeldzug gegen die Männer hat oder gegen die, die sie verletzt haben, sondern die sich verletzlich zeigt und man kein Mitleid mit ihr hat, sondern denkt, wow, danke, dass du das mit uns geteilt hast und danke, dass du, ja. Man fühlt Respekt. Absolut. Und Respekt. Ja, absolut. Auch da, Punkt. Wahnsinnig emotional auch für mich. Ich habe auch viele Freundinnen und Freunde in der Gay-Community und die wohnen zwar alle in, mehr oder weniger im urbanen Raum und müssen, das, was sie beschreibt, natürlich ist jetzt sehr, sehr krass, Tasmanien ist wirklich das Ende der Welt, ja, aber trotzdem, es gibt auch in vermeintlich aufgeklärten, da musst du nur bei uns aufs tiefste Dorf fahren. Ja, ich meine, du hast im alten Land gewohnt, nichts gegen das alte Land, aber was da zum Teil auch noch für, für Meinungen vorhärten und rassistische, und rassistische, ja, genau, da, das ist manchmal schon erschreckend und wenn wir solche Programme haben, solche Personen, solche Menschen, die Vorbilder sind und immer wieder nicht den Zeigefinger heben, sondern einfach zum Nachdenken anregen, dann ist schon, ist schon, ja, das ist wahnsinnig wertvoll. Ja. Punkt. Wir haben hier schon gemacht, Ausrufezeichen, Katrin. Ausrufezeichen. Ihr Lieben, wir, wir, wir rappen jetzt ab und sagen, so, das war Hannah Gatsby, wir hoffen, dass wir euch auf jeden Fall ihre zwei Programme und das Buch sehr schmackhaft machen konnten und schreibt uns doch gerne mal auf Instagram oder via Direct Message, was ihr über Hannah Gatsby denkt und ob ihr überhaupt eine Show von ihr gesehen habt, sie war nämlich gerade in Berlin, habe ich gesehen, ihr könnt ja auch auf Instagram folgen. Und nächste Woche stellen wir euch die Universal-Symbol-Frau, ich weiß nicht, Was ist das denn eigentlich, Kim? ich auf dieses Wort gekommen bin, Helen Keller aus den USA vor. Was es mit diesem Begriff auf sich hat und wer sie ist, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ich habe nämlich keine Ahnung. Bis dahin, ihr Lieben, genießt, ob man die dunkle Jahreszeit genießen kann, sei mal dahingestellt, aber macht euch eine Kerze an, macht es euch gemütlich, kuschelt euch ein in die Decke, schaut Nanette, weint und lacht ein bisschen und wir denken an euch, weil auch wir hängen noch so ein bisschen in diesem Winterloch, die Tage werden länger, es wird alles gut. Genau. Jeden Tag zweieinhalb Minuten. Macht es gut. Das hält mich immer hoch. Ja. Also, bis dahin, alles Liebe und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020